Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen auf der Webseite des Landesprojekts KULADIK Rheinland-Pfalz. Hier geht es um die Digitalisierung und multimediale Aufbereitung des kulturellen Erbes in Rheinland-Pfalz. Ich möchte Ihnen im Folgenden unsere Webseite vorstellen und damit auch unser Projekt. Hier finden Sie auf der Startseite bereits die aktuellen Beiträge. Immer so auf der linken Seite aufgelistet in unserem Blog. Aktuell zum Beispiel Objekt des Monats April 2021. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein auf diese Rubrik. Aber auch allgemeine Informationen zum Informationssystem KULADIK, zur Arbeit mit unseren Kommunen im Rahmen des Projektes und vieles, vieles mehr. Zum Beispiel auch, wie wir mit Archiven arbeiten und ganz wichtigen Partner im Hintergrund. Und so weiter und so weiter. Oder auch, wie der Arbeitsablauf in dem Projekt läuft. Und wenn Sie auf ältere Beiträge gehen, dann werden nach und nach sehr viele, zig Beiträge Ihnen gezeigt, in denen wir immer unseren aktuellen Projektstand dokumentieren. In der rechten Spalte finden Sie unter unserem Logo diesen kleinen Film hier, den wir gerade produzieren. Aber auf der anderen Seite auch das Objekt des Monats. Da haben wir also immer ein Objekt, das wir erstellt haben im Rahmen unseres Projektes, das wir vorstellen. In diesem Monat April 2021 ist es etwa der Laberkeller in Wendig. Sehr spannend und sehr zu empfehlen, dort mal hinzufahren. Da können Sie also 30 Meter runter in die Unterhöhlungen von Wendig steigen und können sich anschauen, wie Basalt früher abgebaut worden ist als Teil von 7000 Jahre Mühlsteingeschichte. Da waren aber auch 28 Brauereien mal mit ihren Bierfessern untergebracht, als es noch keine Kühlschränke gab. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und das ist eben eines von ungefähr 250 Kuladik-Objekten, die wir mittlerweile erstellt haben. Und wir stellen also jeden Monat immer eines besonders an dieser Stelle vor. Hier drunter finden Sie sozialen Medien, die wir auch bedienen. Also es betrifft jetzt etwa Instagram, es betrifft Facebook. Da kann man sich also entsprechend durch diese Facebook-Aktikel, die wir gerade gemacht haben, die aktuellen, bewegen. Oder es betrifft auch YouTube, unseren YouTube-Kanal, wo wir zum Beispiel alle produzierten Videos, die in dem Projekt entstanden sind, aufführen. Darauf gehe ich später nochmal ein bisschen genauer ein, am Ende unserer Präsentation. Unten drunter finden Sie Kooperationspartner, die wir haben. Es sind das Land Rheinland-Pfalz, vor allem mit dem Innenministerium, was unser Projekt finanziert, genauso wie die Universität Koblenz-Landau. Der Landesverband Rheinland-LVR ist der Partner bei der Plattform Kuladik. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und das ganze Projekt ist angesiedelt mit dem Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz-Landau am Campus Koblenz. Andere Partner sind aber auch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd-SGD oder ein anderes Projekt, mit dem wir sehr freundschaftlich und kooperativ zusammenarbeiten, nämlich Regionalgeschichte.net, was an der Universität in Mainz angesiedelt ist, mit dem wir uns sehr intensiv austauschen. Hier finden Sie auch die Adresse, unter der wir uns erreicht und hier auch nochmal die aktuellen Beiträge, die können Sie auch dort anklicken. Wenn man die Seite so durchgeht, dann sieht man als nächstes die Rubrik über das Projekt. Hier stellen wir also unser Projekt in seiner Struktur, in seiner Idee vor. Es geht also um sowas wie Kulturgeschichte, sichtbar, erlebbar, nutzbar machen. Und das in digitaler Form, also in einer durchaus zeitgemäßen Form, die auch die Vorteile hat, dass man zum Beispiel dann das in vielen Bereichen ausspielen kann, für viele Verwertungskonzepte nutzen kann. Dass man das über Smartphone und solche moderne Medien auch entsprechend ansteuern kann und so weiter und so weiter. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie halt hier unseren Projektflyer zum Beispiel, aber auch unsere Kooperationspartner, Netzwerke, die Kommunen und viele, viele andere Dinge, auf die wir dann noch im Weiteren eingehen. Unter FAQ, Frequently Asked Questions, finden Sie so die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Das ist vor allem immer ganz hilfreich, wenn wir Bewerbungsphase haben und sich die Kommunen, die sich bei uns bewerben wollen, für die Teilnahme am Projekt kurz informieren wollen. Also auch hier finden Sie dann auf einen Blick sehr viele kurze Informationen, Adressaten und was auch immer. Können Sie sich auch gerne in Ruhe nochmal anschauen. Also da sind die wichtigsten Informationen und wichtigsten Fragen, wird sie geklärt. Und falls das offen bleibt, melden Sie sich einfach bei uns, das sage ich gleich noch bei Kontakt, wie Sie uns erreichen können. Dann geht es um die Plattform Kuladig, mit der wir zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, die Wissensplattform vom Landschaftsverband Rheinland, die gibt es als Website und als App. Das ist die Startseite etwa der Webseite, hier vom Februar 2020 mittlerweile natürlich. Können Sie sich das nochmal aktuell anschauen unter Kuladig.de. Hat sich aber jetzt vom Aussagen her nicht so stark seitdem verändert. Und hier finden Sie also ganz, ganz viele Informationen zur Kulturlandschaft im rheinischen Raum im Allgemeinen gesagt. Aber Sie finden auch hier die Projektpartner, also etwa die Bundesländer Hessen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz oder der Rheinische Verein, mit dem der LVR da zusammenarbeitet. Das ist eine seit 2002 bestehende Plattform, die versucht, das kulturelle Erbe der Region möglichst gut und einfach nutzbar für die Öffentlichkeit anzubieten. Und dasselbe gilt dann auch für die App. Hier finden wir also auch so, wie das Ganze in der App dargestellt ist, in solchen Darlegungen, in solchen Einstellungen hier. Oder was wir auch finden, sind zum Beispiel solche Sachen wie Kulaturen, also Verbindungen von Einzelobjekten in Kuladig, einzelnen Darstellungen von Kulturobjekten, die dann zu einer Route verbunden werden können, also zum Beispiel zu einer Radtour oder zu einer Autofahrt oder zum Wanderweg und was auch immer. All diese Dinge sind hier entsprechend dargestellt. Also, dieses Informationssystem Kuladig ist eine bewährte Plattform, um das kulturelle Erbe und die Kulturlandschaften darzustellen, in einer zeitgemäßen Form. Ganz wichtig für uns ist unser Zusammenhang mit den Kommunen. Wir haben mittlerweile drei Jahrgänge, 2019 bis 2021. Und auf der allgemeinen Seite zu den Kommunen sind die auch hier entsprechend in einer Karte dargestellt. Da sieht man also 30 Kommunen mittlerweile in Rheinland-Pfalz, die den großen Teil des Landes abdecken. Alle haben wir nicht ganz erreicht. Also etwa in der Südeifel oder im Speckgürtel von Mainz haben wir noch keine Kommune betreuen können. Das hängt immer damit zusammen, wer sich eben halt bewirbt. Und insofern hoffen wir, dass auch noch in späteren Phasen vielleicht auch diese Regionen noch abgedeckt werden. Aber Sie sehen, das ist schon eine ganze Menge. Also wir haben schon große Teile von Rheinland-Pfalz hier entsprechend abgedeckt. Und wir stellen dann jeweils diese Kommunen entsprechend vor. Wir stellen aber auch so ein bisschen die Arbeit mit den Kommunen vor, wie hier unsere Informationstreffen, die wir abgehalten haben. Das waren auch in Zeiten vor Corona. Mittlerweile machen wir das, wie wir hier sehen, über entsprechende Video-Chat-Plattformen, wo wir dann eben uns virtuell treffen, aber auch nicht weniger intensiv austauschen an der Stelle. Wichtig ist die Zusammenarbeit, die wir haben von den Kommunen und den Studierenden. Das ist ein ganz zentraler Punkt unseres Projektes, dass wir studentische Arbeitsteams haben in Projektseminaren. Das beginnt jetzt gerade wieder im April. Die eben halt dann vor Ort mit den kommunalen Vertretern arbeiten. Und diese Vertreter sind in der Regel die kommunale Politik, Tourismus- und Marketing-Einrichtungen. Und ganz, ganz viele Wissensträger, also zum Beispiel Historiker, Ortschronisten, Archivare und ganz viele weitere Personen, die einfach sehr viel Wissen haben über die jeweilige regionale oder Ortsgeschichte. Und die arbeiten mit den Studierenden zusammen. Die Studierenden produzieren zum Beispiel auch Audios, Videos und viele, viele andere Dinge. Wir machen Fotografien zum Beispiel. Und all das wird eben in der Teamarbeit zusammengeführt. Und was wir auch immer machen, sind Begehungen vor Ort. Hier waren wir zum Beispiel in Bobental, ganz unten in der Südpfalz an der Grenze zu Frankreich. Und haben uns eben halt diese entsprechenden Dinge genauer angeschaut, die dann später als Objekte in diese Plattform Kuladig eingehen. Ganz wichtig ist auch immer, wie gesagt, das Wissen der Einheimischen. Also hier zum Beispiel Hermann Thur, der Ortschronist von Briedl und der Mosel, der hier zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Projektteam und den Studierenden kurz erzählt. Und unter diesen Seiten finden wir dann jeweils diese einzelnen Kommunen 2019, 2020, 2021. Gehen wir mal hier auf 2019. Dann sieht man also hier, wie diese Kommunen in Rheinland-Pfalz verteilt waren und was sie für Geschichten zu erzählen hatten. Also hier ist dann jeweils auch das Rahmenthema angegeben, unter dem diese jeweiligen Teilprojekte gestanden haben. Und wenn man jetzt hier draufklickt, dann kommt man direkt mit einem Klick auf diese entsprechenden Einträge in Kuladig, die Themenbeiträge meistens, und kann sich diese Geschichten entsprechend anschauen. Das selbe gilt für 2020. Da sind wir allerdings noch nicht überall fertig. Das ist ja meistens so, dass wir noch dann das Frühjahr brauchen, um dann diese Projekte dann endgültig abzuschließen. Aber auch hier finden Sie eben halt entsprechend diese Kommunen und Sie können schon sich hier anschauen, was da an Zwischenständen bereits in Kuladig eingearbeitet ist. Und dasselbe gilt jetzt ganz frisch für die Kommunen 2021. Da haben wir natürlich noch keine Ergebnisse vorzuweisen. Da fangen wir gerade erst an. Und hier ist dann der Link entsprechend auf die Websites der Kommunen oder sonstige Informationsseiten gelinkt. Und wichtig ist aber auch, dass wir nicht nur uns um diese Kommunen, die 30 Pilot- und Modellkommunen des Landes kümmern, sondern dass wir auch immer Ansprechpartner sind für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz. Also alle, die Interesse haben, können sich gerne an uns wenden. Konkret an Matthias Dreyer, der nicht nur Mitglied des Projektteams ist, sondern auch Kuladig-Koordinator für Rheinland-Pfalz. Das heißt, er ist der Ansprechpartner, wenn eine Kommune Interesse hat, ihr kulturelles Erbe in dieser Plattform Kuladig entsprechend anzubieten. Und hier sieht man also eben halt, was man dazu alles vielleicht schon nicht anschauen kann hier auf dieser Seite. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Sachen zusammengestellt. Also eine wichtige Aufgabe, die wir haben, neben der Betreuung dieser 30 Modellkommunen, ist es eben auch, so etwas zu entwickeln wie Qualitätsstandards und Leitfäden, Best-Practice-Beispiele und Modelle für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz. Und das sammeln wir hier auf dieser Seite. Und hier können Sie also entsprechend, wenn Sie auf diese Links klicken, sich schon ganz, ganz vieles anschauen, was wir in den letzten Jahren an Erkenntnissen da produziert haben. Und hier finden Sie auch entsprechend Videos zum Arbeitsprozess in Kuladig, also wie man jetzt mit diesem System arbeiten kann. Wir können ja gerade mal in eines reingucken, ein Video, was Florian Weber erstellt hat. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen nun zeigen, wie Sie vorgehen können, wenn Sie einen Objektbeitrag in der Bearbeitungsmaske von Kuladig einarbeiten möchten. Bevor Sie sich an ein Objekt begeben, wäre es jedoch hilfreich, wenn Sie zuerst einmal im System recherchieren, ob es dieses Objekt nicht vielleicht schon gibt. Und dann wird das so entsprechend gezeigt. Genauso geht es aber auch dann hier, wie man einen Themenbeitrag erstellt in diesem System Kuladig. Oder wie man Medien an die Objekte bringt, also zum Beispiel Videos, Filme, aber auch Fotos, Audios und so weiter und so weiter. Oder wie man eine Kulatur anlegt, also einen solchen Rundgang zum Beispiel, wie man also einzelne Objekte zu einer Tour miteinander verbinden kann. Und so gibt es eine ganze Reihe von solchen Beiträgen, die hier entsprechend dargestellt sind, die also hilfreich sind, für die Darstellung dieser einzelnen Schritte mit Kuladig zu arbeiten. Was wir auch haben, ist hier eine Rubrik Kuladig Gemeinden, in der wir eingehen auf diese Kommunen, die eben nicht im Projekt unterstützt werden, sondern die sich eben selbstständig aufgemacht haben. Das ist doch eine ganze Menge, wie man hier in der Liste sieht. Und wir haben dann jeweils auch einzelne Beispiele aus diesen Kommunen. Und das gibt auch da eine ganze Reihe von sehr interessanten Erkenntnissen. Dann, ganz wichtig für uns, ist diese Seite Modelle. Da haben wir also unterschiedliche Rubriken zusammengestellt, was wir bisher an Erkenntnissen gewonnen haben. Also zum Beispiel zur Konzeption, zu verschiedenen Themen, die interessant sind, zu bestimmten Medien, die wir dafür verwenden, zu einzelnen Orten, wie man die am besten umsetzen kann. Ich gehe mal auf diesen Reiter Verwertung ein und da sieht man eben halt auch, wie das so ungefähr aussieht. Also hier kann man sich inspirieren lassen, solche Best-Practice-Beispiele angucken, also wie man vielleicht eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen kann mit unserem Projekt und mit den Sachen, die dort entstanden sind. Also das betrifft sowohl die Arbeit in den Kommunen, als auch mit regionalen Zeitungen zusammen oder auf der Webseite zum Beispiel das zu integrieren. Aber man kann zum Beispiel hier auch solche Routen erstellen, diese Kulaturen, wie schon gesagt, hier etwa ein Wander- oder Fahrradweg jetzt rund um Bobental herum und wie diese App dargestellt wird. Man kann aber auch zum Beispiel das einbinden in solche Sachen wie vorhandene Informationssysteme, wie etwa Gastlandschaften oder Outdoor-Active oder Deskline. Das sind solche touristischen Informationssysteme. Dort kann man unsere Daten auch sehr gut integrieren. Oder man macht daraus einen historischen Rundwanderweg, wie jetzt hier etwa ein Dörrbach. Dann ist das zum Beispiel so eine Plattform, so ein Schild, was eben im Ortseingang oder im Ortsmitte steht und was eben hinweist, dass man sich jetzt anhand von QR-Codes dann jeweils diese Informationen organisieren kann, während man durch Dörrbach geht. Oder wir haben zum Beispiel solche Möglichkeiten, das an einzelnen Häusern anzubringen mit QR-Codes. Es besteht aber auch die Möglichkeit, das zum Beispiel zu verbinden mit solchen Rundwegen. Hier sieht man etwa, wie das in MyCammer gemacht ist. Oder hier ist das Beispiel, was wir in zwei Brücken am Land gestütt haben. Also das sind dann jeweils solche Informationstafeln, die dann mit einem QR-Code die Möglichkeit geben, dass man dann auf die digitalen Objekte zugreifen kann. Und da wiederum dann zum Beispiel auf Audios, Videos, Fotos und viele, viele weitere Informationen. Ja, es kann sogar ein Holzbrettchen sein, wie jetzt in dem Falle. Auch das ist eine nette originelle Idee, die etwa in Urmitz entstanden ist. Was wir auch machen können, ist zum Beispiel, dass Sie den Ort mit einbinden und dass Sie schon hinweisen, dass Sie eine Kuladik-Rheinland-Pfalz-Kommune sind. Also hier in Dattenberg, etwa am Ortseingangsschildablass gemacht, dass man also hier auch eingeladen hat zum Mitmachen bei dem Projekt 150 Jahre Basaltabbau in Dattenberg. Und da hat man eben diese Tafel entsprechend genutzt. Was wir aber auch machen, ist zum Beispiel, dass wir hier multimediale Objekte anders darstellen. Also zum Beispiel hier in solchen Stories. Wenn Sie jetzt hier draufklicken, kommen Sie eben auf diese Story über die Industriegeschichte in Maikammer oder in sozialen Medien einbinden, wie jetzt hier Stories etwa in Instagram. Darauf gehe ich gleich auch noch ein bisschen genauer ein. Das sind also alles Möglichkeiten, die man hat, moderne Möglichkeiten, mit denen man auch andere Zielgruppen erreichen kann, wie zum Beispiel junge Leute. Oder was wir viel haben, sind natürlich Museen, die eingebunden sind. Das ist etwa hier das Dorfmuseum in Helferskirchen im Besterwald. Und die kann man natürlich dann auch mittlerweile sehr interessant medial aufbereiten. Also hier sehen wir zum Beispiel den Einblick in eine 360-Grad-Anwendung des Schiffer- und Flößer-Museums in Kamp-Bornhofen am Mittelrhein. Und da können Sie dieses Museum, selbst wenn es in Corona-Zeiten geschlossen hat, besichtigen. Hier sehen Sie so einen Screenshot. Und mit dem entsprechenden Link kann man dann sich eben diese Anwendung anschauen. Und diesen Link finden Sie zum Beispiel in diesem Kuladik-Objekt Rathaus und Museum Kamp-Bornhofen. Und dann können Sie sich eben halt in so einem Raum virtuell bewegen und überall, wo Sie solche Icons sehen, jetzt hier wie Fotos oder Kuladik-Objekt oder Video, können Sie entsprechend das anklicken und diese multimedialen Daten aktivieren. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die wir jetzt immer stärker machen. Bis hin aber auch zu solchen Sachen wie Postkarten, die man vielleicht in der Touristeninformationen bereitstellen kann. Und vieles weitere, wenn Sie hier draufklicken, finden Sie auch noch hier. Also ganz, ganz viele Verwertungsideen, die wir so in den letzten zwei Jahren entwickelt haben und die wir auch weiterentwickeln wollen. Dann haben wir den Bereich Presse. Auch das ist ganz interessant und sehr verfreulich, dass wir doch sehr viele Texte, Artikel haben, die jetzt über das Projekt in den letzten Jahren erschienen sind, vor allem in so einer rheinland-fälzigen Tagespresse. Und die haben wir auch mal so ausschnittweise hier mal zusammengestellt. Das sind oft sehr umfangreiche und sehr schön gewordene Artikel, die sich eben mit unseren Pilotkommunen und den Projekten vor Ort beschäftigen. Hier zum Beispiel ein Bericht über ein studentisches Team in Anweiler. Also ganz, ganz interessante Sachen, die wir jetzt hier haben und können sich auch gerne mal, wenn Sie wollen, etwas genauer anschauen. Wie jetzt sogar die neuesten Sachen jetzt hier in Hottenbach oder in Laubenheim und Waldlaubersheim, also bei den Kommunen 2021. Dann haben wir den Bereich Intern. Das ist aber jetzt nur vorbehalten mit Passwortzugang für die Kommunen, die wir betreuen. Und wir haben noch den Bereich Kontakt im Pressum. Hier haben Sie also auch dann die Möglichkeit, uns direkt zu erreichen. Das Projektteam mit den entsprechenden Adressen, Telefonnummern, vor allem der Mailadresse kuladig.rlp.uni-koblenz.de. Über diese Adresse erreichen Sie uns immer am besten und zwar alle gleichzeitig. Das betrifft jetzt hier das Projektteam und aber auch zum Beispiel die studentischen Hilfskräfte, die wir am Projekt haben. Also insgesamt sind wir sechs Personen, die momentan dieses Projekt betreiben. Und ja, diese Sachen, Disclaimer und so dürfen heute auch nicht fehlen. Ja, ich möchte Ihnen ganz gerne noch ein paar Einblicke zeigen in unsere Social Media Arbeit zum Abschluss, wie ich schon eben auch gesagt habe. Sie können die also direkt hier über einen Klick ansteuern. Sie können hier zum Beispiel auch sich das hier anschauen, direkt auf der Seite. Also jetzt hier zum Beispiel die aktuellsten Einträge, die wir in Facebook gemacht haben. Aber Sie können auch mit einem Klick jetzt zum Beispiel hier direkt dann auf diese Facebook-Seite kommen. Da zeige ich gerade mal, wie das dann aussieht. Ja, und hier tauschen wir uns zum Beispiel auch aus mit unseren Projektkommunen, also etwa mit MyCammer und anderen. Und das ist immer sehr spannend, weil darüber immer neue Ideen entstehen, die wir an der Stelle entwickeln können. Und wir haben hier bei YouTube eben halt hier auch die Möglichkeit, dass wir hier unsere Videos entsprechend aufstellen können. Das zeige ich auch nochmal gerade kurz. Am besten gehen Sie auf diese Playlists und da sehen Sie eben die Rubriken, die wir eingerichtet haben. Das sind zum Beispiel solche How-To-Videos, wie jetzt hier, wie man VR-Easy, also diese virtuelle Plattform, bedienen kann. Wie man aber auch hier einzelne Kuladig-Beiträge erstellen kann, das Arbeiten mit Kuladig oder Sachen zu unserem Projekt. All diese Dinge sind hier entsprechend im YouTube-Kanal von uns auch eingebettet. Und zum Schluss möchte ich Ihnen ganz gerne noch unseren Instagram-Account zeigen. Der ist also gestaltet vor allem von unseren studentischen Hilfskräften und mit sehr, sehr viel Mühe und Liebe gemacht, könnte man sagen. Und ich zeige Ihnen mal gerade, wie das dann auch aussieht. Und dann sieht man also hier, wir haben zum Beispiel jetzt hier solche Beiträge über neue Ortsgemeinden, Kuladig-Gemeinden, wie jetzt etwa Kästen an der Mosel, die jetzt hier seit Neuestem mit uns zusammenarbeiten. Oder ein Objekt des Monats wird vorgestellt, das war im März zum Beispiel die Keramikmanufaktur Merkelbach in Hörgrenzhausen. Oder wir haben hier zum Beispiel solche Beiträge über How-To, wie läuft eine Objektfreigabe ab, das wird dann hier entsprechend dargestellt. Das ist also das, was wir sozusagen auf der Webseite intensiver machen können, wird hier in kurzer und knapper und ich finde auch sehr ansprechender Form entsprechend dargestellt. Oder wir haben hier zum Beispiel die neuen Kommunen vorgestellt, die 2021 jetzt eingestiegen sind. Oder hier zum Beispiel haben wir die Vorstellung von Sarah Krieger, die selber an einem Projektteam mitgearbeitet hat und jetzt eben bei uns die Hilfskraft ist und die beschreibt hier zum Beispiel, warum sie es macht. Als das Projektseminar zum ersten Mal angeboten wurde, befand ich mich zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudium und wollte noch ein paar praktische Erfahrungen mitnehmen. Und damals gab es dann eine Infoveranstaltung, in der die teilnehmenden Kommunen und die dort zu umsetzenden Rahmenthemen vorgestellt worden sind, aber auch, was die Aufgaben der studentischen Teams waren, wurden erklärt. Ja, und das hat dann mein Interesse geweckt. Oder wir haben hier zum Beispiel einen Film, wo die einzelnen Objektbeiträge dargestellt werden, die 2019 entstanden sind. Und das sind ja eine ganze Menge, wie man hier sieht. Und das gibt auch einen ganz guten Eindruck von dem, was alles so an Objekten insgesamt in Kuladik drin sind. Und das sieht man aus, das sind sehr, sehr unterschiedliche, mal große, mal kleine und mal historische und mal aktuelle. Und insgesamt also eine große, große Breite an kulturellem Erbe, was wir versuchen, unserem Projekt abzubilden. Und ja, auch das kann man sehr schön, wie man hier sieht, in so einem kleinen Film in Instagram einbinden. Und so geht das dann entsprechend weiter. Also, auch da kann ich Sie herzlich einladen, sich das mal anzuschauen. Mit einem Klick sind Sie von unserer Webseite in diesen Instagram-Account. Ja, soweit mal vielleicht als Einstieg. Wir hoffen sehr, dass Sie Interesse gefunden haben und dass Sie sich mal mit unserem Projekt beschäftigen wollen. Ob Sie nun kommunaler Vertreter so ein Interesse haben, mitzumachen, dann wenden Sie sich gerne an uns. Oder ob Sie einfach ein interessanter Bürger sind oder Bürgerin, dann können Sie auch gerne sich hier das anschauen, was wir hier so machen. Und nutzen Sie Kuladik, informieren Sie sich über das kulturelle Erbe von Rheinland-Pfalz. Und wir freuen uns über jede Person, die Interesse an unserem Projekt hat. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis demnächst. Ja, vielen Dank.